Hallöchen zusammen, herzlichen willkommen zurück zu Let's Play Open TD. Ähm, weil es zum Beispiel gesagt hat, wir möchten eigentlich da hinten quasi den Bereich hier machen, aber, ganz übersehen gehabt, wir haben ja im Umfeld von dem her nochmal was gehabt. Hier oben. Um New Vegas drumherum. Wir möchten es einspannen. Das wäre nämlich das Kursstil überhaupt. Deswegen sagen wir mal, wir hätten gerne einen Tunnel auf jeden Fall. Gucken wir nochmal, Straßenbau. Äh, Tunnel. Ich merke schon, der geht ziemlich weit. Wo müssen wir überhaupt hin? Da müssen wir hin, okay. Da, da, da. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Also, das ist nicht erlaubt. Okay, dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so anders. Die kommen ja hier quasi hier durch und hier rein. Dann sagen wir mal, so, so, so. Gut. Ja, das passt. Ja, das passt. Du bist hier mit Jacobstown verbunden. Wunderbar. Dann hauen wir noch dich hier mit rein. Ja, das passt. Das ist unbedingt notwendig ist. Ist jetzt mal dahingestellt, aber, guck mal so, es passt schon runter, runter, runter. Bis wir einmal hier auftauchen. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Okay. Dann hätten wir gerne hier ein bisschen Infrastruktur noch, denn warum nicht? Wir möchten, dass du so rumgehst, so rumgehst und so rumgehst. Mhm, wir sind ganz verkehrt. Ähm, dann sagen wir noch einmal hier durch. Okay, nicht ganz dadurch, wie es ausschaut. Was sollst du, ist dann eben nur so. Ähm, wir hätten gerne eine Durchfahrt hier. Mhm, das passt. Wir hätten gerne eine Busstation. Ich direkt hier oben dran. Das ist nicht einmal schlechte Stimmen. Und wir hätten gerne hier außen draußen unseren Ring. 1, 2, 3, 4 und 5. Sattel. Dann sagen wir mal, wir möchten hier unsere Leute hin beordern. Sollte jetzt rausfahren. Mhm, die können nämlich dann mal umschwenken, weil ihr braucht hier definitiv nichts mehr. Essen und trinken. Also Baumartei auf jeden Fall nicht mehr. Das können wir schon mal wegmachen. Das heißt nämlich, ihr geht bitte bis nach da drüben hin. Fahren zu hier hin. Alles entladen. Und das tun wir wegmachen. Wunderbar. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem hier auch. Das passt dann schon. Fahren zu hier hin. Alles entladen. Löschen. Und wunderbar. Können die schon mal anfangen damit. 60 Tonnen essen. Ein bisschen trinken. Das passt. Baumartei haben wir genug. Sonst noch irgendwas, wenn wir schon mal dabei sind. Nein. Das war jetzt die zwei fürs Baumaterial selber. Aber okay. Dann tut man den Rest jetzt auch rum. Jage. Dann sagen wir nämlich, du mein Freund. Zack. Gehst du da rüber. Fahren zu hier hin. Einmal löschen. Alles entladen. Wunderbar. Passt. Dann sind die nämlich auch glücklich mit der Welt. Du mein Freund. Ebenso. Einmal löschen. Löschen. Und einmal fahren zu. Dort drüben hin. Alles entladen. Das überspringen, damit du gleich dahin fährst und gut ist. Hihihihi. Die werden sie so freuen. Die werden sie so mega freuen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und Straßenfahrzeug erst mal einen kleinen Normalen machen. Achso. Straßenfahrzeug kaufen. Wunderbar. Du klappst mir bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf ab. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. So. Wunderbar. Wenn du nicht hundertprozentig funktionierst. Egal. In dem Sinne. Egal. So. Mein Freund. Du bist wahrscheinlich der Nächste. Wenn du das richtig sehe. Yep. Jacob Stone. Fahre mir nach Jacob's Town. So. Passt. Und immer schnell aber ein bisschen Nächsten kommen. Ah, danke dafür. 2,4 Millionen. Jedes Jahr 2,4 Millionen und ein bisschen was. Das ist in Ordnung. So können wir unser Imperium quasi nach und nach weiter aufbauen. Panzieren. Entladen. Löschen. Und wunderbar. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle gemacht, so wie es ausschaut. Definitiv. Den einen lassen wir immer noch drin stehen, weil man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Ihr verbraucht gerade noch alles. Bormaterial ist auch weg. Aber ich sage jetzt mal, ihr braucht eh nichts mehr weiteres. 1, 2, 3, 4. 5. Ich glaube, hier gibt es noch gar keinen, oder? Natsache, du warst noch gar nicht unterwegs momentan. Okay. Das gibt sie schon noch. Dann sagen wir jetzt mal, benötigt ihr noch mehr eigentlich? Bisschen Wasser geht heute. Bisschen sowas geht weg. Momentan ist keins mehr, aber das sollte es sich auch noch geben. Ich finde, kein Weg zum Vorankommen. Hm? Ich hoffe, nur keine Leute momentan da. Das ist schon alles. Trouble hat einfach noch zu wenig Leute. Für das, was es macht, so wie es ausschaut. Definitiv. 1.790. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber das gibt es sicher auch noch. 1.790. Passiert auch mal genug, so wie es ausschaut. Okay. Was ist denn, wenn wir sagen würden, bitte einmal umdrehen? Ähm, du machst bitte mal das hier. Springen. Zack und zack. Damit ihr noch ein paar weitere hinkommen, weil sonst wissen wir nie, weil sowieso ausschaut. Hm? Alle voll. Alle los. Ähm, gibt es noch sowas wie eine Zeiteinstellung? Lade, wenn verfügbar. Lade, wenn verfügbar. Okay, das ist natürlich was anderes. Das könnten wir hier eigentlich auch mal machen. Das ist nicht die dümmste Idee, die eigentlich hat. Lade, wenn verfügbar. Lade, wenn verfügbar. So. Dann hauen die vielleicht noch nicht ganz so voll ab, aber was soll's. Besser ist einfach so rumstehen, würde ich mal behaupten. Ja, definitiv. Ah, jetzt geht's rund. Mhm. Jetzt funktioniert es hier auch. Ähm, soll ich es vielleicht überall so machen? Definitiv. Ihr hier. Zack. Bitte. Laden, wenn verfügbar. Laden, wenn verfügbar. Haja, so funktioniert es doch. Laden, wenn verfügbar. Laden, wenn verfügbar. Weil sonst macht ihr ja nie ein Plusgeschäft. Sonst wird das ja nix. Sonst wird das ja nix. Ähm, wo bist denn du? Du hier. Ebenso. Das ist es, wenn wir quasi nach und nach halt zack und zack laden, wenn verfügbar. Laden, wenn verfügbar. Wunderbar. Und du eben so. Zack, laden, wenn verfügbar. Laden, wenn verfügbar. Wenn jemand da ist und wenn nicht, dann ist es in Ordnung. Zeig, ob ihr das aufnehmen. Acht prozentig ist viel, aber es wird. Es wird. Das wir haben dich. Wir haben dich. Wir haben dich. Dann müssen wir sagen, hier machen, weil, ja, das ist ja schon ein Trauerspiel sonst. Hm. Schauen wir doch mal, ob sie jetzt ebenso das gleiche machen oder nicht. Hm. Funktioniert. 4,9 Millionen. Ah, guck mal an. Es wird mehr. Es wird mehr und es wird besser. Okay, wo haben wir denn die andere gehabt? Das war's quasi du hier. Warte mal, das muss ja mal du gewesen sein. Und die andere Strecke. Die äußere, das war's nicht du. Ich kann mal gucken, wo du abgeblieben bist. Wenn verfügbar, wenn verfügbar. Zack und zack. Ah, da kommt er da schon raus. Wenn verfügbar, wenn verfügbar. So, danke schön. Okay, die Städte haben wir, die Städte haben wir, die Städte haben wir. Ähm, du haben wir nicht. Wie schaut's denn bei dir aus? Die müssen wir auch noch machen. Habe ich zwei hier. Bitte, wenn verfügbar. Und wenn so viel. Ah, nee, hab ich bereits. Okay, warte mal, da waren wir schon unterwegs, wie so schaut, oder? Mhm. Da waren wir schon. So, passt. Ähm, da haben wir noch nichts gemacht. Da hat er den gerade denkt, ich habe dich immer, dich immer auch dich immer auch überall. Da müssen wir noch machen. Aber da fehlt eh nochmal zweite Strecke. Die können wir aber schon mal, können wir schon mal planen auf jeden Fall. Das wäre wichtig. Sonst, ja, klauen die uns nämlich hier den Platz, was echt unschön ist. Ähm. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Machen wir hier bitte ein Plateau mal hin, das wäre jetzt schlecht. Dankeschön. Ähm, hier rüber, so rüber. Und. Ich würde gerade sagen, ein bisschen falsch gebaut, das Ganze so und so, passt. Können wir denn sagen, eine Brücke irgendwie. Irgendwie zu menschlich. Ich glaube, das wird so nicht ganz was werden. Ähm. Dann müssen wir uns da was ausdenken, wahrscheinlich. Wir sagen erst mal, das Ding soll bitte so umgerade werden. Das wäre jetzt schlecht. Ähm. Kriegen wir da eine Brücke hin? Das haut hin. Machst du die hin, machst du dort hin. Äh. 300, das passt soweit. Das müssen ja eh nicht schnell sein. Das ist das Gute, das muss nicht schnell sein. Okay, das schaut vielversprechend aus. So rüber. Und sogar ein bisschen zu viel gerade gemacht. Aber ein bisschen zu viel als zu wenig halt. Jetzt sind wir zu Hause. Jupp, das haut hin. Und wir möchten bitte dann einen Steg hier drüben haben. Beziehungsweise direkt so rummengenbaut. Verweigert mir die Baugenehmigung. Warum? Mögt ihr mich nicht? Kampagne starten. Kampagne starten. Kampagne starten. Gebäude machen. Stadtverleitung bestechen. Ist immer gut. Komm schon, ich baue euch auf. Junge, ich baue euch auf. Da könnt ihr doch jetzt nicht so böse zu mir sein. Okay, das lag bestimmt an den Bergen, oder? Ja gut, guck mal ja, guck mal ja, zack. Mir gefällt dir das. Für 11.000 Euro Bäume hingepflanzt. Jetzt musst du mich doch eigentlich lieben. Abgöttisch sogar. Mhm. Hat funktioniert. Okay, hat funktioniert. Bin ich zufrieden. So, dann lädt dich da hin. Und dann tun wir dich noch begradigen. Können wir nämlich hier vielleicht noch einen Hafen später hinbauen. Das wäre eine Idee. Das durchbrechen. Haben wir irgendwo eine Stadt noch gehabt? Die hier? Nein. Ich hätte schwören können, wir hätten hier eigentlich mal eine Stadt noch gehabt. Aber wir könnten vielleicht, wenn das größer geworden ist, hier quasi was machen. Hier, hier und hier rum. Und dann da noch ein Verkehrsdurch machen. Das sieht bestimmt interessant aus, sagen wir es mal so. Aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. Erst einmal müssen wir hier noch ein, zwei kleine Operationen hier durchführen. Bam, 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 bam. So, so. Und dann. Ich könnte mal so hinschmeißen. Und sind fertig mit der Strecke. Es ist quasi alles vorbereitet für später. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Brauchen wir noch was? Ihr braucht zwei, braucht man. Wobei, haben wir die? Haben wir gar nicht hingebaut. Okay. Ähm. Einmal dorthin und einmal dorthin gebaut. Passt. Mehr brauchen wir gerade nicht? Eigentlich nein. Definitiv nein. Hier Wasser haben wir auf jeden Fall. Wir essen und trinken auch bis zum Umfallen. Wie schaut es bei euch? Ah ja, wunderbar. Habt ihr gerade selber geteraformt? Okay. Selber geteraformen. Ich darf es nicht machen. Doch. Alle zwei. Einmal im Monat gibt es eine große Lieferung. So wie es ausschaut. Von allem. Ne. Ist in Ordnung. Ist mehr als in Ordnung. Schauen wir nochmal bei euch. Was ist denn hier los? Ihr habt es vorhin, dass ihr nicht genug fördert momentan. Okay. Das können wir aber ändern. Da können wir auch eine Kleinigkeit machen. Ähm. Ich hätte gerne. Dass wir einen Stopp hier inbauen. Und dass wir einen Stopp. Äh. Keine Ahnung. Swim bauen. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Dann stimmte ich noch dorthin. Und sagen einfach mal hier einen Klein machen. Der für den Moment einfach mal da nach da macht. Vollb laden. Vollb laden. Alles entladen. Ähm. Wasteländer und go. Passt. Ich würde sagen. Bitte. Danke dafür. Nur 300.000. Ja. Ich habe ziemlich viel ausgegeben. Baukosten. 2,4 Millionen. Und sonstiges. Und sonstiges. Ja. Sonstiges war ja. Hm. Die extra Kohle. Das schaut schon wieder besser aus hier. 1,8,6. Das ist viel Geld, was wir da bekommen. Richtig viel Geld sogar. Okay. Wir haben dich gemacht. Wir haben dich gemacht. Wir haben dich gemacht. Da kommt auch einmal im Monat was an. Das ist in Ordnung. Wiratzen bei euch aus. Alles soweit das, wie es ausschaut. Plus ein Gebäude ist noch nicht blau. Tut mir leid. Okay. Warum? Warum? Warum mögt ihr mich denn nicht? Kampagne. Es gibt Gebäude machen. Mittelmäßig. Das ist schon mal in Ordnung. Zack. Weg damit. Ahem. Ich habe es mir irgendwie mittelmäßig. Passt. Ich freue mich ganz in Ordnung. Können wir den Schiffsverkehr irgendwo hin machen? Das wäre jetzt das coolste gewesen. Aber ja. Die NCR hat ziemlich viele Offshores. Stelle ich gerade fest. Ähm. Was möchtest du eigentlich? Was ist deine Fracht? Scrap ist deine Fracht. Okay. Da können wir was anderes machen. Können wir aber auch sagen. Bitte. Hier hin zu der Colony. Alles entladen. Wunderbar. Dann kommt der Scrap hier rüber. Schöne es mit dir aus. Was machst du? Passagiere. Okay. Moment. Das machen wir auch anders. Einmal dorthin. Äh. Voll beladen. Löschen. Wunderbar. Dann haben wir noch Dichter hier. Was machst du? Passagiere. Du gehst auch mal da drüben hin. Dann zu sonst hin. Dann alles vollladen. Und dich löschen. Dann bricht man noch einen weiteren Scrap auf jeden Fall. Hast du noch einen übrig? Ja. Du bist ein Scrap. Okay. Du bist ein Scrap. Ähm. Du bitte dorthin. Alles entladen. Löschen. Und überspringen. Wunderbar. Dort drüber. Dauert ein bisschen. Nimm keine Passagiere mehr an. Ja. Ja. Québec war's nur ab. Das wird schon noch. Hätte sogar Öl zur Förderung noch. Okay. Warte. Die können wir auch noch anzapfen. Würde ich mal behaupten. Ähm. Wir hätten gerne einen Öltanker. Neues Schiff. Wir möchten Öl transportieren. Ähm. 600.000. Das ist viel. Aber macht nichts. Schiff kaufen. Dorthin. Und. Oh. War mal zu Hause. Da unten war mal so. Äh. Alles entladen. Vollladen. Überspringen. Und. Go. Schauen wir doch mal. Inwieweit du es bringst. Also mal für Helikopter weg. Da kreisen sie rum und rum. Aber insgesamt wird es schon funktionieren. Ich glaube damit haben wir es etwas lukrativer gemacht. Das Ganze. 600.000. Erster Bus erreicht. Das Ganze. Wunderbar. Ein bisschen Minus. Aber was soll's. Es wird alles reingepumpt. Und alles gefördert. Divered these one shipment of scoutmatches every six months. Ah. Muss scoutmatches. Okay. All sechs Monate. Aber ich glaube. Ganz ehrlich. Wir kommen da jede Woche hin. Äh. Das dürfte ein bisschen besser gerade laufen. Jetzt haben wir die ersten 5.000. Okay. Der Rest läuft ab. Und mal würde ich behaupten. Du bist auch vollgepumpt wieder. Das passt. Ich bin gespannt wie viel du es einnimmst für uns. Weil die Nahrungsmittelproduktion nämlich quasi nicht mehr gebraucht wird. Da ist das das nächste was wir brauchen. Jede Menge Öl. Sattel. Zeige mir eine Zahl. Zeige mir eine wunderschöne Zahl. 65.000. Macht vielleicht minus 10.000 durch die Fahrt. Plus 60.000. 50.000. Passt. In Ordnung. Kann ich nicht Nein dazu sagen. So. Wir haben dich. Dich und dich auch dort. Du bewegst dich auch weiter. Wunderschön. Dann. Als nächstes. Dich und dich und dich und dich hier. Dich tun wir auch gerade hochpumpen bis zum Umfallen. Das passt. Sonst haben wir glaube ich niemanden mehr hier hinten. Glaube ich mal ganz stark. Also ich habe wieder mal irgendwas übersehen. Aber ich glaube nein. Was schade ist. Weil ich hätte echt gerne Mutanten hinten gehabt. Ja. Ja. Egal. Was sollst du das. Dependent. Hier und da. Bis was. Bis was. Es existiert. Der Rest existiert ein bisschen irgendwo. Keines bisschen. Aber sonst. Wie kommt man da hin überhaupt. 2200. 223. 220. Ja. Ist ein bisschen. Müsste eigentlich noch ein bisschen mehr werden. Auf Dauer. Aber ja. Das gibt es schon irgendwie. Ich glaube daran. Das gibt es schon irgendwo. Umladen bekommen wir auch noch ein bisschen was an Kohle. Der dazu das passt. Alles soweit in Ordnung. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Das ist ein Bäuch aus. Ob ihr Fahrt oder nicht Fahrt ist eigentlich egal. Hauptsache. Die Bewohner gehen nach oben. Was haben wir hier gerade. 14.000. Ein bisschen was. Was haben wir hier. 15.000. Das passt auch. 16.000. Das passt ebenso. Wir haben eine Steigerung. Wie schaut es hier aus. Ihr baut. Ich hab mich oben drüber. Ich bin mir gar kein eigentlich. Dies ist was ich nicht sehen will. Überhaupt nicht sogar. Das führt auf Dauer eigentlich nur zu Problemen. Gut ist es, dass wir da aber momentan nicht hinfahren müssen. Anstatt es einfach Brückenbarn oder sonst was. Nein. 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 Wir machen es richtig kompliziert. So richtig richtig kompliziert. Da ist es auch ein bisschen unterwegs. Es passt. Wasser haben wir auf jeden Fall genug. Essen trinken wir mal auch genug. Pajiro wird noch kommen auf Dauer. Wie schaut es denn hier hinten aus. Habt ihr denn? Ja. Eber zu wenig. Wie muss der Wendet. Ihr habt zu wenig. 3,4 Millionen. Oh. Wird mehr. Wird ein bisschen mehr überall. Aber ihr braucht noch bis ihr mal hochkommt. Bis ich mich um das dann kümmern kann. Genau so wie hier. Okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen was machen. Fahrzeug kopieren. Dich hier. Fahrzeug kopieren. Dich hier. Fahrzeug kopieren. Den jetzt. Zack, zack und zack. Los geht's. Alle drei raus. Dann müsste es auch ein bisschen angenehmer laufen mit den ganzen. Lieferungen. Ich würde eigentlich nur da reingucken. Ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr von allem. Und wunderschön wird das Ganze. Die Karns ebenso. 3,6 wird auch besser. Wie hat's mit Offshore aus? Was landet denn hier momentan? Basiert haben wir viel? Da könnte man sogar sagen. Das wäre eine Idee. Ähm. Wir hätten gerne... Da drü... Stimmt eigentlich. Das können wir wiederum machen. Ähm. Wir hätten gerne... Einen Hafen hier hinten. Also Straße. Eine Schleuse. Nein. Eine Werft. Einen Hafen. Darüber. Das passt. Ähm. Dann hätten wir gerne. Straßenbau. Äh. Definitiv. Okay. Das ist definitiv nichts. Ähm. Wie wäre es denn mit Plätten? Mhm. Das ist in Ordnung. Dann sagen wir einmal darüber. Einmal dorthin. Und einmal... Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ähm. Dann müssen wir gucken, dass wir hier eine Fläche noch hin machen. Wie sowas hier. Ja. Das könnte funktionieren. Hm. Das haut auch hin. Okay. Dann sagen wir nämlich, wir möchten gerne hier was haben. So. Alles Ding. Ich hätte gerne einen Bus für Passagiere. Der soll bitte das hier sein. Wunderbar. Fahrzeuge gekauft. Und bitte von... Hier. Ach. Das geht netter. Okay. 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 Moment. Ähm. Busheilestation. Äh. Die hier. Ja. Das haut hin. Das geht. Und da. Bitte nach... Dorthin. Vorladen. Alles entladen. Wir zurückfahren. Go. Ah halt. Zurück, 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 zurück. Moin. Ich muss nur sagen, dass du Passagiere mitnehmen sollst. Das war gerade das Problem. Passagiere. Passagiere wunderbar. Go, 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 go. Ihr seid verbunden. Ihr habt alles ist verbunden hier oben. Das passt eben so. Dann geben wir dem Ganzen noch eine Werft mit, weil... die Werft unter mich. Und wir sagen bitte Schiff für Passagiere. Da haben wir 100 Stück davon. Probieren wir es aus. Probieren wir es mal aus. Von hier nach... Dorthin. Alle entladen. Vollladen. Und go. Schauen wir doch mal, wenn das funktioniert, ob das uns Geld einbringt oder nicht. Die ersten 100 hat er schon mal. Das ist in Ordnung. Das ist ziemlich schnell, muss man auch sagen. Also richtig schnell sogar. Und wir machen doch die Aktion. Wie viel Gewinn? 12.000. Das ist in Ordnung. Und dann hast du erst mal genug Passagiere da drin. Um sie quasi da reinzuschmeißen. Und das kannst du ein paar Mal machen. Okay, schnottische Schmerzenordnung. Es kommt manchmal der Helikopter. Es kommt manchmal der Schifferle. Ich würde mal sagen, das läuft. Und dadurch sollten auch die Einwohnerzahl ziemlich nach oben klotzen. Schätzungsweise zumindest. Ich gehe mal vom Besten aus. Ich gehe einfach mal vom Besten aus. Das heißt, wir haben dich erledigt, dich erledigt. Du bist einfach... Oder braucht ihr auch noch Leute? Okay, ihr braucht auch Passengers. Aber diesbezüglich mache ich ja bereits was. Wir könnten nur gucken, ob wir dann sagen... Wir holen uns da welche noch her. Das müssen wir uns noch für uns ausnutzen. Ich glaube ja. Beim Nichten, aber macht's gut und wie immer. Tschüss alle. його Geräusche, Jesus. Das ist ja Musik. husten. Wir lägen uns da.